Die werden jetzt mit Sicherheit wieder sehr eklig hier auf Brucht. Das kennen wir ja schon. Boah, das ist doch wohl ein Arschloch. Das kann ja wohl nicht sein. Wie schnell der mich jetzt weggehauen hat. Oh, Boltop. Boah, was? Da ist ja einer drin. Was soll das? Oh, oh. Was soll was? Hihi. Das kann doch nicht sein. Oh, boah. Ey, oh. Scheiße. Scheiße, die sind so mies. Kann der mal totgehen, bitte? Danke. Danke. Daneben gerotzt, du Schwein. Genau. Der zweite Oskar schon. Oh, shit. Boah, der hat dich nicht in Ruhe gelassen, ey. Wahnsinn. Vielen Dank. Ich hab's gesehen, du warst schon um die Ecke und alles. Ja. Oh, scheiße, da ist noch etwas von... Friss halt all meine Point Blanks. Schon in Ordnung. Friss halt all meine Point Blanks. Ja, ist doch wahr. Nein, ein Hühnchen ist gestorben. Ein unschuldiges Hühnchen. Wieso? Oh, mein Gott. Penner. Oh, nice. Der Beast Rider hat den Brand. Cool. Ah, ich hab gewusst, dass jemand hinter mir ist. Es ist immer jemand hinter mir. Oh, scheiße. Ich sprech mal schnell. Ich hab wahrscheinlich eh nichts zu uns machen können erstmal. Ach, das gibt es nicht. Die drehen sich und springen immer so total blöde. Der Bernd geht nur so auf die Nerven. Der geht nur so auf die Nerven. Da hat sie gemacht. Wie geil. Dann sind die Läge. Euuuu, der hat den Bogen. Dankeschön. Sehr gut gemacht. Ja, wie ihr jetzt alle auf den Los seid. Und ich verschwende sonst keine Muni mehr, die Alte. Ich hier überhaupt. Nice. Das ist die Barbie. Oh, oh. Oh, da sind noch mehr. Das gibt es nicht. Boah. Yeah, nice. Die Barbie ist tot. Nein. Boah. Da hat schon wieder einer den Bogen. Hier. Ey, das gibt es echt nicht. Nee. Hat schon wieder... Aber es ist noch eines von uns, oder? Bogen habe ich genommen. Ah, alles klar. Oh, ja. Ja. Genau, bis gerade. Hinter dir, hinter dir. Okay. Oh, die Barbie. Oh, das ist... Oh, das ist... Shit, 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 shit. Auf, was war das? Hat der mir die angehängt? Ja, das ist ja angehängt. Boah. Was ist denn im Rücken? Boah, die sind mit dem scheiß Geländstein. Das ist so ekelhaft. Hahaha. Scheiße. Nee. Das ist so ekelhaft. Ach, die Barbie hat noch gar keine Kills? Ich dachte, die hätte mich von mir erwischt. Das kann ja wohl nicht sein. Ich dachte, die hätte mich echt von mir erwischt. Ja, Gräfin, wir hatten wohl ein und dieselbe Mission, aber ich habe wohl gewonnen. Barbie wollte schnipen. Hahaha. Hattest du ein klitzekleines bisschen Pech gehabt. Da gibt's einen Tewel. Ah, das nächste hat gewonnen. Yeah, nice. Spon it! Stand down! Wo schießt denn der Beast Rider hin? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, die Pflanze greift an. Nein! Es ist was, was wir nicht sehen. Ja. Er schreit auch noch. Hm. Ah, nice. Hallo, das hätte ein Mantle Kick sein müssen. Ich habe die Boomshot gehabt. Ich habe die Boomshot gehabt. Hilfst du auf. Oh, shit. Oh, shit. Yeah. Genau, genau da. Aber ganz genau. Aber wirklich, zu 1000% ganz genau da. Ich habe Barbies Träume zerstört. Barbie wollte gerade eben loslaufen. Barbies Träume. Oh, super. Dankeschön. Wow. Barbies Träume. Zum zweiten Mal zerstört. Tja. Regnitz-Lokus. Oder ist der Dom? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Da regnitz-Lokus. Ja, aber das war echt so. Ja, aber das war echt so. Wow. Oh. Danke. Er ist allem ausgewichen, was ich ihm geboten habe. Allen Kugeln. Und dann muss ich auch noch nachladen. Ich danke dir vielmals. Sehr gern. Ich glaube, die trauen sich nicht runter wegen meiner Granate. Kann man es sagen. Da ist zumindest einer. Genau, der ist nämlich die ganze Zeit da gestanden. Wir wechseln uns alle ab mit den Granaten und so. Das finde ich sehr lebe. Oh, shit. Nein. Hier erstmal durch den Ring durch. Die hat mir schon wieder Rauch angehängt, die Barbie. Echt? Das ist wie eine Sau. Schon wieder am Rücken. Aber echt. Die ist so lästig, die Barbie. Ja. Nerviges Stück Scheiße, ey. Ich habe es auch verdammt verstanden bei den Locust. Ich glaube, da hat irgendwas mit Shutdown gesagt. Boah, die ist es so weggespringelt. Ey, weißt du, wie mich das aufregt? Ich glaube, wie er da rüber gesprungen ist. Ich kann sie nicht mal selber sprengen. Ja, es ist so. Ah, geil. Der Jones. Da kommen sie noch. Cool, haben wir ganz schön fettes gemacht. Oh, yeah. Das war so lustig, aber nee. Aber zwei Oscars in diesem Match, total geil. Echt cool. Ey, super. Verdient. Hm, danke schön. Bitte, bitte.